Untertitelung im Auftrag des ZDF Leid, feier! Ich gehe auf, ich gehe auf Einer ist schon bei, einer ist schon bei Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Hast du einen Gold, Chris? Einer rechts hinterm hinten am Strand Nicht, der ist Head Blitz Ich bin tot Oh fuck, Ace 25, nee, war Ace 23 Okay, ich dachte gerade schon, hat sich angehört Haha, dann hättest du dir erst neben ihn Wo ist der? Ich hab random spawnen bei 10, ne Der ist am Strand da auch, Mann Please, hack ihn jetzt nicht so rum Sein richter Wilder City Wollen wir mich schäfern, bitte? Ich glaube, mein Ace stand auf Einzelschuss Nee, doch nicht Ich hab dich geschossen Bei B ist noch einer Rechtswaffe Du bist ja Gespotted, gespotted, oh nice Wieso spielen wir im Paracel, Mann Ich versuche mal bis zu C zu decken, ja Ja, nein Ja, keine Ahnung, Mitte irgendwo Der kommt auf C, Leon Der ist so low, ne Ja Bleib hier Oh nein, der ist ganz low Der ist ganz low Oh, schade Ich bin tot Ich hab hart versagte Hart versagte Hart versagte, hab ich schwer Oh nein, er hat mal B gehabt, schade Am besten B angreifen gemeinsam und einer an der C-Flage schimmen Ja, okay Hier ist der Leon Der ist dein Tätisenteil da Der ist dein Tätisenteil da Ey, Pöhn, der hat 50% Ey, bin schon weg Hast du den Leon Na, können wir auch noch mal sterben Ja, hab ich geholt Ich bin nur drauf, ey Puh Puh Apartments irgendwo oben Max, bleib mal bitte hier Versuch mal die Headlip-Stand zu benutzen Ich geh mal ein bisschen mit auf die Flagge Warum sind die drei Leute Ey, warum sind da drei Leute, Mann? Bist du in die Häuser reißen? Ja Jetzt geht das schon los Ich würde zum Sieg verhelfen, ja? Meine Freunde Ja, jetzt hört kein Mensch mehr Schritte, das ist doch schon mal gut Ja, allein weil ich kein Headset hab Ja, ich spiele hier ohne Headset Ja, ich spiele hier ohne Headset Traded Max, werden von Turtle Beaks gespordert Also ich denke nicht, dass die ein Headset haben, ne? Nee, glaub ich auch nicht Mein Gott, der schon da auf dem Server joinen soll, ey Der hat das stark behindert Hier, Alter, One-Man-Army alleine B geholt, ey Ach ja, und jetzt verlieren wir wieder B Ja, ist doch egal, aber ich hab's zumindest geholt Wir hatten für eine Nahrung Sekunde Dann war das kein Kill, ey Nice Ich mach mal Random Spawn Oh, ich kann's zu a-steppen Wenn er halt beim Spawn Weißt du, einen normalen Hätte ich jetzt geraped, ne? Aber weil's Berat ist, hätte ich dann alles was Nein! Ich wusste gar nicht, dass der Headset ist Ich hab ihn von vorne gemessen Ich bin einfach gestorben Ja, dann Spawn bei mir bitte Ich spiele einfach M1911, die hat mehr Schaden gemacht als meine Ace Macht's ja auch Drei Schlüsse tot, schon auf meiner Reise Ja, aber... Ich sporn Ich sporn Dann lass auf A Schau daran Da ist einer irgendwo Soll ich das doch! Nein! Darf ich jetzt in Rage bitten? Oh mein Gott Jetzt! Er stirbt nicht! Er kann nichts machen! Entsucht keine Ausdrehen, dass er's gut ist 66% Er hat einen Stamm im Rücken zu mir ist trotzdem nicht verreckt Entsucht keine Ausdrehen Er hat einen Stamm im Rücken zu mir ist trotzdem nicht verreckt Der hat mich gelandet Ach, der Bimi, der geht eigentlich tot, der ist noch am leichtesten von denen irgendwie Warum unter 200 Tickets? Das war Server-Style einfach Einfach Server-Style Warum machst du, dass ich Road 2 unter 200 Tickets die Gegner bekommen habe? Er springt mir in die Fresse, ne? Ich bin auch als am Rücken wie so'n Spastiel Ich bin auch als am Rücken wie so'n Spastiel Oh mein Gott, hinter uns! Wow, wirklich Aktives Pushen! Aktives Pushen! Aktives Pushen! Der stirbt nicht! Aktiv! Aktiv! Der Typ ist ein aktiver Spritzer, ich sag's dir Ey, und die sterben... Wann ein random? Wenn du sogar Stefan einfach so abgeht, dann müssen die echt nerven, ne? Hinter uns! Anzustimmen! Ja, warum ist keiner bei mir? Ich hab's los, aber... Ja, natürlich Er ist jetzt drauf, wie kann man so schön weggehen? Sollte man das auch tun Naja Da sind zwei Da ist noch einer bei C Okay... Der kommt jetzt zu euch gleich Der wird einer noch gerätzt oder so Und... Oh, er ist gestorben! Hey, er ist gestorben! Ich geh A einen! Mach's dir! Irgendwo ist hier noch einer! Hier ist irgendwo noch einer! Ich weiß nicht wo! Ey, dieser Headquatch, wo ich bin... Ich versuch den mal zu verteidigen, ja? Weil der ist, äh... Überkrass! Was? Salf! Magst du die M9, Max? Weil der kippt schon zu öfters! Ne, das war das erste Mal! Ne? Doch! Doch! Hier ist einer! Da ist noch einer im Container! Komm bei mir! Irgendeiner! Aus! Oben! Er springt runter! Da ist jetzt noch einer! Der ist gerade voll hochgeleckt! Dann lag er wieder! Ach, äh... Ja, wir sind überhaupt, äh... Unter so einem Artikel zu... Ja, was soll ich denn da? Kann ich denn dafür? Ja, weil wir mit zwei Mann da die ganze Zeit drei Leute in Schach gehalten haben! Ja, weil wir mit zwei Mann da die ganze Zeit drei Leute in Schach gehalten haben! Oh! 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 Oh, ey, ich muss mal was trinken! Oh, Mann! Kommt einer! Stefan! Versuch mal B zu cappen würde eh nicht klappen, ne? Da ist einer bei B! Da ist einer bei B! Er stört einfach nicht! Er stört einfach nicht! Er stört einfach nicht! Er stört einfach nicht! Jetzt keiner aus! Der lädt so schnell nach, oder was? Ihr wollt mich doch... ...natzen, ne? Ja, äh... Double Cap! Kommt, zwei Sekunden! Was, sind zwei? Ja, ich werd geraped! Kein... Hab im Headlicht statt! Oder? Oh, Merze! Geht... Oh mein Gott, da ist doch einer auf der Fleck! V ist oben! Er ist Haus! Warte, ich hol den, warte! Nee, 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 nee! Ich geh mit ins Haus! Ey, nein, diese Granaten... Ähm, Stefan, wenn wir dann gleich von Tickets her verloren haben, wollen wir dann quitten, oder? Nein! Weil ich hab keine Lust, das zu Ende zu spielen! Du willst doch mal... ...üben, trainieren, oder... ...Praxis... Ja, ja, aber ich hab auch noch ein bisschen was zu tun, eigentlich jetzt! Oh, im Haus, zwei! Ja, komm! Ich muss eigentlich noch Mathe Hausaufgaben machen! Oh, oh, oh! Dann machst du Mathe Hausaufgaben, ja! Kannst du mir erzählen! Es ist quasi... Unser Lehrer hat zu uns gesagt, dass es quasi die letzte Hausaufgabe, die er uns geben wird, deswegen will ich die mal machen! So, hab ich schon mal! Mhm, ich hab, glaub ich, noch nicht eine gemacht, ich hab die immer abgeschrieben! So, du hast ja nur die Arbeit gemacht, die abzuschreiben, was ist denn los mit dir? Aber in Mathe trotzdem knapp an der... knapp die zwei verfehlten Abflussarbeit! Ja, das ist leicht doch! Leicht doch, ja! Hier oben ist eine raus! Ich bin erst mal runtergesprungen, warum weiß ich nicht! Max, in Englisch und Deutsch hab ich in zwei geschrieben! Oh, bei dir! Wie war Chemie? Ach, schreib mir keine Abschlussarbeiten! Ey, aber Max, ich hab keine 6 bekommen mit der Arbeitsschule! Ne? Doch! Kein Spaß, ja! 5 Plus! 5 Plus! Läuft doch bei dir! Aber ich glaube auch nur, weil ich wusste, warum... Wir haben es on-stream, ja, Leon hat 5 Plus in Chemie, ja! So, können die doch alle wissen, Chemie ist nicht mein Fach! Können alle wissen das, Leon, von Chemie, keine Ahnung, ne? Ich werde ja sowieso kein Chemiker! Lell! Ja, machen wir! Links, links, links! Links, links! Ah, ja! Freunde! Ich weiß, dass ich der King bin, Scharram, ne? Was machst du? Bist du gelähmt! Ninja-Red! Was? 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 Ich hab keine Chance! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! 18, 13, ey! Ach du Scheiße! Ist doch... Ist doch so egal, Mann! Pisst mich aber an, dass Berat mich die ganze Zeit tötet, ey! Ja, der ist halt besser! Dem gön... Nein, dem gönne ich das nicht, wenn der mich tötet! Das macht mich richtig aggressiv! Weißt du, wenn Max dich mal schafft zu töten, oder so, Public, weißt du? Dann denk ich mir so, ja, der schafft ja sonst nicht, der Junge, ne? Ja, aber... Ey, Mann! Ja! Los geht auf B, ach... Oh, wer sagst du? Hä? Leon? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Was ist denn? 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 Ja, das war eigentlich... Alle Flangen, die wir gehalten haben, das war pures Glück, glaube ich. Nein. Das war... Aber ob die öfters Lust haben, gegen uns zu spielen? Das ist so, wie für die... Wie werden wir gegen LC spielen, so? Das ist halt... Ja. Macht halt für den anderen recht Spaß. Und LC lernt dabei auch nix, außer... Ja, genau. Die spielen immer gleich. Die kriegen wieder auf die Schnauze. Werden wir denn das dabei, wenn wir hier... Ja, natürlich. Ja, wir lernen das dabei. Doch, doch. Wir haben die Karte noch nie gespielt, da kann man mit uns sehr unterhalten. Schau allein diesen Headclitch, den der hatte, den kann ich gar nicht. Ja, 5 oder 6 oder 7. Hä? Eben waren es 5. Ja. Ja. Okay, die haben, glaube ich, schon Gangsgills gesehen und dann haben die weggemacht. Ja. Ich erinnere an ein, äh, legendäres, äh, eben... Ja. Drei Leute. Ja. Boah, du, du holst einmal drei Leute und hast einen 3 zu 11. Ja. Ja, ich mach gleich Highlight, YouTube, Face, Optik... Ah, nee. Ich geh alleine auf C. Ich geh alleine auf C. Was? Ähm. Nein, ich, ich nehm noch die Flagge ein. Mit dem Repair-Tools. Ja, rennt alle auf C, okay. Wegens ein schönes Wetter. We have taken objective Alpha. Here's your mix. Pick it up. Container low. Ich nehm mal diesen Headclitch bei A, ne? Max, warte. Max, warte. Nein. Geh ins Haus rein. Warte! Easy. Noch einer ganz hinten. Hast du's überlebt? Ja. Ich hab ihn noch gerückt. Wurde ihn da, warte. Ja, wohl nicht tot. Okay. Ja, wir brauchen nicht beides chillen. Na, pass auf, da ist noch einer im Graben. Genau, den meinte ich. Korrekter Gegen-Hetnisch. Hab' mir auch geholt. Ja. Ja, ein Sparmer oder irgendeiner? Ja, ja, ich muss erstmal wieder aus der Killcam raus. Ja, und das Pförde-Cam? Sir, sind's jemals gestorben? Ich glaube nicht. Was? Bei mir! Was ist ein Sparmer? Zu göttlich! Zu göttlich! Zu göttlich! Graben! 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 Hab' ihn! So, guck mal Head Hier, muss ja ein Feiner sein Das Hör weg Zwei oben Unten einer Absent Versucht mal A mit dem Headglitch der zweiten Und ich soll gucken müssen, dass ich D decke Ja, äh Geht, ja Ja, GG Voll, trippel kaum Guck mal, wir haben sogar ein Ticket gegen Kader XBOX, aufzeichnen Ein letzter Schmack Geht mal auf die Flagge bei C, please Ja, ich Da ist einer, Baby Spawn gleich nach Ja Da ist er schon Sag doch was Hier ist der Headglitch Hast du mich? Ja Ja, da schien, ich dachte, das ist dir klar Ja, wo der ist Nicht da, auf der Flagge Dass er da ist, wusste ich Ja, auf der Flagge Hey, wie schnell die immer im Headglitch drin sind, ne, die haben das irgendwie im Instinkt Ja Ein Headturn Ja, einer von denen hostet den Server, musst du wissen Ja, nachdem Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 das war nicht gg max ich möchte fast sagen das war nur csl von maxus der da gerade gemacht hat ich bin doch theoretisch neben der muss er der macht das nicht so oder container versteckt er läuft jetzt hinten raus mit einer gereizt oder so weil er steht im robersteam auch er steht im kalmer ja nice hast du bimbi hat einer bimbi oben unten auch ne auch er liegt ich gehe weg scheiße ja ist halt so ist doch egal ist keiner bei ziel geblieben ne schade ja wir haben jetzt zumindest schon wieder ein paar mehr tickets gezogen als eben wir müssen einfach immer irgendwo noch den erfolg sehen ich habe doch schon alle ich werde jetzt eh gehauen ich weiß es doch auch das gibt es nicht 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 was ist das eigentlich jau ah ja geil 26% 26% hatte der noch ich muss ihm 5% machen geben bis der umgefallen ist wahrscheinlich du hast recht Stefan jeder andere dämliche Bengel da wäre gestorben mann er rennt in den Container und kann ihn noch zu machen aha hier jetzt kommt der wieder jetzt kommt der da wieder jetzt geht er nämlich gleich wieder in den Headpitch und ist immer dann oben in den Drücken siehste 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 du hast gar keine Chance ey Mann oh ey ich lege es ab sofort nur noch Bücher ich zweifle halt echt mittlerweile dran dass ich noch spielen kann dieses Spiel ey machen wir anders egal Hardline ja ja Hardline das wird mein Spiel da das weiß ich schon das wird genauso gut wie Battlefield 4 ich dachte wir sollten dem Spieler eine Chance geben ja wehe ich ja auch so ich mach das auch bei Call of Duty und so immer ich geb dem Spieler immer eine Chance aber ich äh sag's mal so mit nem guten mit Pessimismus fährt man in der mit Pessimismus fährt man in der Regel besser bei Spielreleases besonders bei ihr ey das ist einfach so ja egal halt GG auf jeden Fall souverän verloren souverän verloren souverän verloren ja also wir haben uns nicht ähm ja 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 du Dawnbreaker es gibt's nur mal eine Seite wo man in die Bessers ja warte ich mach das kurz ja lad mal bitte ein ja lad mal bitte ein lad mal bitte ein na lad mal bitte ein Max lad mal bitte ein Ich mach schon mal grad mit dem unterhalten, ob wir scheiße waren oder was ging.